Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Tchulfa. Wir schauen uns heute ne Menge Chuchucharls Videos an. Okay, eigentlich sind's nur zwei. Aber ein YouTuber hat sich die Mühe gemacht und Chuchucharls ins Real Life geholt. Das werden wir uns heute auch noch ansehen, deswegen seid auf jeden Fall gespannt da drauf. Aber als erstes schauen wir uns heute von GameTunes die Entstehungsgesi- Geschichte von Chuchucharls an. Das ist ganz anders als die Entstehungsgeschichte, die ich euch mal erzählt hab. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir hier sehen werden. Das ist schon mal Charles. Der hier im Wald aufräumt. Oh. Das ist zum Glück gar nicht creepy. Das ist nur normal creepy. Chuchuchucharls didn't always call this island home. Okay. Charles war nicht immer hier zu Hause. Chuchuchucharls wasn't always a monster. Ach. Bei GameTunes ist einfach jedes Monster mal ein Mensch gewesen. Das ist immer krass. One of his earliest memories was that of his parents fatal car accident. Charles und was the soul survivor. Guilt ridden and completely alone. He had no idea how to make his way through this world. Get out of here, kid. Yeah, this place is too dangerous for you. Ben, what are you doing here? We live here. You live here? On the train? Okay, er ist... Er ist fasziniert bei den Leuten, die hier Trainhopping machen. Die wohnen in den Zügen. But that's no life for a little guy like you. So scram. Charles thought about what the punks had said. Living in a train car riding across the country didn't sound half bad. Aber in Zügen leben ist eine gute Idee, denkt er sich. So he decided, he would start a new life on the rails. Und der Zug fährt los. Und er ist drin. Und er ist auch noch nicht auf der Insel. Oh, er war ganz allein. Außer Spinnen in den Zügen. Hm. Oh. Die schmeißen... Die wollen ihn rausschmeißen. Wieso wollen die ihn denn... ...aus seiner Eisenbahn rauswerfen? Oh. Der Zugführer will ihm eine reinbauen. Weiß der... Weiß der Zugführer denn, dass... ...dass er da drin gewohnt? Oh. Ja. Wir brauchen einen Assistenten, der ihm hilft. Beim Führen vom Zug. Okay. Tja, ja. Er war nicht mehr allein. Oh, er darf... ...darf das Zughorn betätigen. Let's go. Oh, er hat den Choo-Choo Charles genannt. Oh, und er darf er den Zug alleine führen. Wow. Mit seinen Spinnen. Was? Oh. Sein Zug wurde verkauft von der Firma. Und er wusste nicht, was er tun soll. Hallo, Charles. Mein Name ist Warren. Hast du einen Moment, um zu sprechen? Ich habe eine Proposition für dich. Warren auf der Insel. Warren auf Aranirum. Und da soll er jetzt als Zugführer arbeiten. So wie es aussieht. Charles würde alles tun, um wieder Zug zu fahren. Ja, das glaube ich ihm aufs Wort. Aber... ...bereits... ...bereits zerstörte Schienen vor Ort. ... ... ... ... ... Okay. Sehr definitiv verdächtig. ... 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 Warren ist ganz schön fies, ey. Und da ist der Zug. Für die, die es gerade nicht verstanden haben, Warren hat extrem billige Schienen auf der Insel platziert. Aus ganz billigem Material, um Geld zu sparen. Und Charles macht sich ein bisschen Sorgen, dass die Schienen vielleicht nicht so halten. Deswegen macht Charles die erste Fahrt ganz alleine, falls irgendwas schief geht. Er steigt ein und sagt, Tschutzu. Ja. Oh. Oh. Was? Der ganze Zug stürzt ab. Irgendwo tief in ein Loch. Und eine Mine, die einstürzt. Charles ist reingestürzt mit Schuh. Kein Ausweg. Kein Ausweg aus der Mine. Er ist gefangen da unten. Was findet er? Ah. Noch ein Zug. Noch mehr kaputte Züge. Weil Charles überall Geld spart. Weil Charles überall Geld spart. Aber warum? Er findet ein bisschen was zu essen und zu trinken. Oh, ein Ei. Dann ein Tag. Dann ein anderer. Charles wusste, dass er für's gut war. Und dass er nicht länger überlebt würde. Oh, ein Ei. Oh, ein Ei. Ein Ei zum Essen. Und er hat's gegessen. Er hat das gegessen, was in dem Ei war. Eine schlechte Idee. Oh. Oh. Charles. Ja. Erinnert euch an... ...an meine Story, Geschichte und Idee. Die Spinne nimmt den Zug. Als Exos glätt wie ein Krebs. Und er hat... Oh, er ist nicht rausgekommen. Er hat's nicht geschafft, sich rauszugraben. Also hat er entschieden, dort drinnen zu warten. Bis irgendjemand ihn befreit. Und genau das ist passiert. Oha. Viele Jahre später... ...haben sie die Mine freigelegt. Auf der Suche nach Materialien. Gold, was auch immer. Und Charles hat bereits auf sie gewartet. Wow. Charles hat schon... ...jahrelang da drauf gewartet. Dass ihn jemand befreit. Einer. ...einer hat es überlebt. ...sind dem Tag... ...everyone on the island has lived in fear... ...of Choo-Choo-Charles. Oh, harter ist er. Nur eine Person hat überlebt. Und alle auf der Insel gewarnt. Und seitdem... ...besteht jeder Tag... ...nur noch... ...aus Angst. Auf jeden Fall auch eine sehr interessante Version der Geschichte. Das Ende der Geschichte ist ja genau so, wie es in meinem Story-Video auch ist. Der Anfang ist natürlich ganz anders. Mit einem Menschen, der sich zu Charles verwandelt. Was haltet ihr von dieser Story-Idee? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber ich habe noch ein Video für euch. Was für uns nicht gelaufen. Und das... Oh, das ist schon das Ending. Okay, sehr krass. Choo-Choo-Charles in real life einfach ultra cool gemacht. Checkt das Video auf jeden Fall aus. In der Beschreibung verlinkt, Leute. Und das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und bis dahin.